Ja, warte mal kurz. Setz dich hin. Setz dich mal hin. Wie lang sind wir schon? Eine Stunde? Oder was? Was? Ja auch nicht. Na warte, was machen wir jetzt? Wenn TUS Coconut Spielberg auf TUS Good Vibes rein trifft, dann hat er schon ziemlich geile Vibes. Ich bin der Corrado. SV Eyeshaker Justiz Graz. Das Niveau heute ist unfassbar. Geht's? Und ich schau da rein. Ach so. Ah. Okay, was hast du nochmal gesagt? Ich schau an. Liga 2. Auf Laola? Eins. Ich schau an. Liga 2. Ich kenn mich nicht aus, deswegen schau ich mir das gar nicht an. Wir starten zünftig in die 78. Episode der Zwarer Konferenz, denn heute wird aufgesteirert Harald. Wir werden unser Fokus Richtung steirische Vereine richten. Und daher die Frage, was machst du eigentlich da als Wiener? Du hast hier keine Berechtigung. Danke für die nette Begrüßung. Ich frage mich grundsätzlich oft, was ich da gerade eigentlich mache. Mit mir über die zweite Liga sprechen. Du hast irgendwas geplant heute? Irgendwie eine Top 5. Komm, hau gleich raus, damit wir das irgendwie... Aufsteirern. Ja, aufsteirern. Also du wieder fragst das Wort aufsteirern. Ja, schon noch, aber... Aber wieso? Top 5 der steirischen Ortsnamen. Okay. Ja. Auf der 5, Edelschrott. Ja, gut. Kenn ich sogar den Fußballverein. Auf 4, Haus. Kenn ich nicht, nein. Ja, schön. Auf 3, Heimschuh. Kenn ich. Das heißt eigentlich schlapfen. Ja, in der Nähe von Graz, Heimschuh, ja. Auf 2, Ratten. Ja, Ratten. Das ist Ratten. Ja, eh. Ja, eh. Aber das ist gleich in der Nähe von mir. Das ist Ratten, nicht Ratten. Bitte. Und eins, Krakau. Okay, das kenn ich auch nicht. Krakau? Gibt's wirklich? Ja. Wie geschrieben? Ja, wie Krakau. Wirklich? Ja, wie die Krakauer. Geil. Kenn ich nicht. Wenigzähl hast du jetzt nicht aufgezählt. Hat es unter die Top 18 nichts reingeschafft. Naja, okay. Aber weißt du was, wenn man gleich... Ich hab noch gehabt Lang. Lang ist auch gut. Mhm. Es gibt schon... Aber es wäre dann eher Stasthof. Miesenbach gibt's. Es gibt, weil man heute am Stammtisch gehabt hat, Pickfeld. Aber das ist jetzt ja nicht so... Nein, ist eh nicht so lustig. Nein, ist eh nicht so lustig. Nein, ist eh nicht so lustig. Es ist ja total ernst. Sehr gut. Gleich weiteres Thema. Bleiben wir in Richtung Steiermark. Bleiben wir auch im Unterhaus. Denn ich würde dich gerne fragen, also passend generell zum Thema. Heute Fokus Steiermark, steirischer Fußball. Was hat eigentlich, was will uns der SVU Murau mit diesem Logo sagen? Kommt mir bekannt vor. Für alle, die jetzt sich fragen, was ist das genau? Drei Sekunden Bedenkzeit, an welches Logo euch dieses Logo vom SVU Murau erinnert. Es ist Manchester United. Old Trafford oder Fußballstadion Murau, Hauptsache Fußball. Ja, aber das Absurde daran ist, wenn ich an Murau denke, denke ich, warum auch immer ans Murau Bier. Ja, ich auch. Und das hätte ja eigentlich sogar die Manchester United Logo Farben. Stimmt. Mit Rot und Gelb, oder? Ja, aber vielleicht wollen sie es jetzt ja nicht zu offensichtlich machen. Obwohl es wirklich in jedem Zug dieses Logos eigentlich ersichtlich ist, dass es das Logo von Manchester United ist. Ja, aber die Fußbälle haben sie einfach schier ersetzt. Ja. Und dahinter natürlich das, ich gehe davon aus, das Stadtwappen könnte ich mir vorstellen, aber auf einer Frech-Skala von 1 bis 10. Wie frech ist dieses Logo umgesetzt? Eigentlich bis auf die Form der Heraldik haben sie ja tatsächlich schon alles gesetzt, deswegen finde ich es jetzt nicht so dramatisch. Ist eine 6,5. 6,5. Sehr guter Wert. Wir werden zukünftig in jeder Episode jetzt ein Logo des österreichischen Unterhaus nehmen und es zerlegen. Sagen wir, wie es ist. Also wir haben heute SVU Murau zerlegt, weil es eben auch zum Thema Steiermark passt. Es passt auch unsere erste Rubrik gleich gut zum Thema Steiermark. Hier ein kurzes Intro, denn das ist die Retro Kicker Challenge. Hallo und herzlich willkommen zur Retro Kicker Challenge. Heute wieder die Frage, wer bin ich Harald? Du musst aufgrund der Vereinsstationen den gesuchten Spieler erraten und ich bitte um ein Handzeichen. Wenn du es weißt, das geht es dann noch weiter, damit unsere User auch noch weiter spielen können. Also, gehen wir es an. Ich habe meine Karriere in Köflach begonnen. Erster Tipp. Handzeichen. Fast schon. Köflach. Ja, sehr gut. Da kommen Skischuhe her, glaube ich. Keine Ahnung, da müssen wir die Kollegen von Ski1 fragen. Danach ging es in die Regionalliga zum ASK Volzberg. 1997 folgte der große Schritt Richtung Bundesliga Austria Salzburg. Und später unterschrieb ich für vier Jahre beim GRK. Wurde mit den Rotjacken damals sogar Meister. Noch immer keine Anzeigen? Okay. 2005 gehörte ich zurück nach Salzburg, allerdings zu Red Bull Salzburg. Nach fünf erfolgreichen Jahren wechselte ich zum LASK, debütierte dort auch in Liga 2 und später ließ ich meine Karriere beim FC Liefering ausklingen. Harald, wer bin ich? René Aufhauser. Stimmt, sehr gut. Ich glaube, wie viele Vereine hast du gebraucht? Ich glaube, die Rückkehr vom GRK habe ich dann gebraucht nach Salzburg. Da war ich mir dann sicher. Auch ein Steirer und dementsprechend auch die perfekte Brücke zu unserem ersten eigentlichen Liga 2 Thema, nämlich GRK gegen den DSV Leoben. Die Szene der Woche. 6.120 Zuschauer waren in der Monteschlacco Arena unterwegs. Das war richtig geile Stimmung. Und der GRK ist an der Tabellenspitze. Was sagst du denn zu dem aktuellen Lauf der Grazer? Ja, sie wären ihrer Mitfavoritenrolle durchaus gerecht, würde ich mal sagen. Definitiv. Und da gibt es auch ein paar Fragen von unserer Zmarag-Konferenz-Community. Die würde ich gerne mit dir durchgehen. Zum Beispiel der Mr. Michalski hat die Frage gestellt, ist Daniel Maderna jetzt schon der beste GRK-Transfer seit dem Liga 2 Aufstieg? Nein. Wer ist es dann? Also die Gegenfrage, die ich dir eigentlich, also die Zusatzfrage, die ich dir stellen wollte, wäre eigentlich gewesen, ist er überhaupt der beste GRK-Transfer in diesem Sommer? Achso. Weil ich finde, da ist wirklich sehr viel gut gelaufen. Ja, aber als absolute Nummer 1 würde ich aktuell definitiv noch Michael Lindl sehen. Kann sich im Aufstiegsfall dieser Saison aber ändern. Würde ich auch so unterstreichen. Aber Daniel Maderna, Christian Lichenberger, Michael Cigur. Ich glaube, einer, der da ein bisschen auch underrated ist, ist die Verpflichtung von Milos Jovicic, der im Grunde, seitdem er eigentlich da ist, schon auch die Verteidigung dahinten stabilisiert hat und auf ein neues Level gesetzt hat, würde ich fast schon sagen. Aber Daniel Maderna und der GRK, das passt richtig gut zusammen. Auch von der Emotion her, der ist wirklich zu 100 Prozent, glaube ich, auch beim GRK angekommen, eben auch emotional. Ähnlich sieht es bei Christian Lichenberger aus. Die zwei funktionieren einfach. Also die haben wir eh schon die letzten Male ausführlich besprochen. Bin gespannt, wie es da auch weitergeht in den nächsten Wochen, in den nächsten Runden. Aber gefällt mir sehr gut. Und die weitere Frage, Lea Hovernig. Was braucht der GRK, um Meister zu werden? Am meisten Punkte am Ende der Saison. Sehr schöne Antwort von dir, Harald. Sehe ich auch so. Sie sind auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg der GRK, momentan auf Platz 1 der Admiralliga 2. Darf ich dir jetzt eine Frage stellen? Ja, bitte. Siehst du noch den SKN St. Bölten als Hauptkonkurrenten für den GRK im Kampf um den Aufstieg oder schon Schwarz-Weiß Bregenz? Nein, ich würde da auf Platz 3 sowieso den FAC sehen, weil die mir rein spielerisch am besten gefallen. Und ja, aber trotzdem, Schwarz-Weiß Bregenz überraschend stark. Dazu später dann noch mehr auch in den User-Fragen. Aber ganz zum Ende, da reißt man auch ein bisschen das Thema Schwarz-Weiß Bregenz an. Aber ich würde gerne natürlich in der Steierbank bleiben. Wenn wir steigern, Harald, von dem her. Was immer das bedeutet. Was bedeutet für dich Aufsteigern? Aufsteigern ist ja fest in Graz. Im Grunde eigentlich eh komisch, weil was hat Graz mit der Steierbank zu tun? Das ist Graz. Aber egal, das ist wiederum ein anderes Thema, das FAS will ich jetzt auch nicht aufmachen, weil sonst gibt es böse Nachrichten. Aber ja, meine Haare. Meine Haare, gell? Ja, wurscht. DSV Allioben. Chaos-Tage, Chaos-Wochen im letzten Monat, muss man sagen. Carsten Janker raus, René Poms neu mit dabei. Seit Montag, auch Christoph-Freitag. Was sagst du? Den ganzen Turbulenzen am Monti-Schlag. Sind das schon Chaos-Tage, wenn man einen Trainer wechselt? Ja, ich finde schon, weil wenn man nach zwei Niederlagen den Kurs ändert, dann verstehe ich es einfach nicht. Ich meine, vielleicht ist ein bisschen Chaos übertrieben, aber trotzdem war für mich nicht ganz verständlich dieser Move. Ich habe ja den Zeitpunkt auch nicht wirklich verstanden. Wie gesagt, übermäßig chaotisch ist es mir jetzt auch nicht vorgekommen. Zumal mit René Poms ein Nachfolger gefunden wurde, der ja schon ganz gut eingearbeitet war als vormaliger Berater. Ja, Trainer-Effekt hätte ich jetzt keinen festgestellt. Zwei Spiele jetzt bei Niederlagen, von dem her. Aber es ist ja was Langfristiges. Es ist ein langfristiges Projekt. Es ist so, wenn man Gold kauft, dann will man ja auch nicht sofort reich werden. Uh, ja, die Begründung war im Grunde eine professionellere Neuausrichtung des Klubs. Ich finde es ein bisschen kurios, dass man das eben jetzt nach fünf Spieltagen macht, in denen es eigentlich sehr gut gelaufen ist. Aber gut, Leoben hat diese Entscheidung getroffen, alles gut. Gut, mit Christoph Freitag, finde ich, haben sie aber wirklich eine interessante Personalie jetzt auch für den Sportdirektor Posten geholt. Durchaus, ja. Man kennt die Liga, weiß, wie das Leben im Fußball so spielen kann. Und ja, wird sich ja auch einige Zeit brauchen, auch für ihn selbst, um ein bisschen anzukommen in dieser neuen Rolle. Ich traue ihm aber zu, dass er sich gut und kompetent ausfühlt. Ich habe heute noch mit Christoph Freitag auch telefoniert. Er hat scheinbar den Erstkontakt mit Leoben schon vor ein paar Monaten gegeben. Damals noch im Zusammenhang mit der Nachwuchsakademie. Dann ist eben dieses Thema mit dem Sportdirektor Posten aufgepoppt. Und ich glaube, das könnte ein perfektes Match sein. Ich glaube, Christoph Freitag nimmt da, er ist natürlich ein, es ist ein neues Aufgabenfeld für ihn. Aber ich gehe davon aus, dass der so ein gutes Setup auch mitnimmt, dass das wirklich fruchten könnte. Und ich glaube, er würde den DSV Leoben auch in eine andere Richtung bewegen. Also habe ich schon mit ihm etwas länger telefoniert und da ist es eben schon auch darum gegangen, neue Strukturen aufzusetzen, eine neue Idee gemeinsam mit dem Trainerteam eben auch zu entwerfen und aufbauend auf diese Idee dann Spieler zu suchen und zu scouten. Denn wenn du jetzt so die letzten zwei Jahre, drei Jahre ansiehst bei DSV Leoben, dann waren die Transfers eher bekannte Namen, die man geholt hat, die einerseits viel Liga-2-Erfahrung oder Bundesliga-Erfahrung schon mitgebracht haben. Da hat man ja im Grunde davon ausgehen können, dass die einigermaßen auch funktionieren. Naja, der DSV Leoben hat in den letzten Jahren das gemacht, was er tun musste, um schnell da durchzumarschieren. Aber bin ich schon bei den Verantwortlichen, dass es jetzt wahrscheinlich ein bisschen einen anderen Ansatz braucht. Ja, also von dem her und ich glaube, dem wird es eben auch geben unter René Poms und Christoph Freitag. Auch ganz interessant war er in diesem Jahr schon zwei Wochen auch bei Sturm Graz hospitieren, hat er auch erwähnt, dass Andy Schicker schon als Art Vorbild für Christoph Freitag auch, dass man das so erwähnen kann. Und bin gespannt, in welche Richtung das geht. Aber wenn wir schon in Leoben sind, dann bleiben wir doch gleich in Leoben bzw. in der Monteschlaco Arena. Unser Auswärts-Fan-Reporter Richard Turkovic war zu Gast in der Obersteinmark. Ich bringe euch heute einen Auswärtssektoren- und Stadioncheck vom altehrwürdigen Stadion Donavitz. Mittlerweile auch tatsächlich als Sponsername Arena Monteschlaco. Das war ja bislang eigentlich der inoffizielle Name. Ich bin mir auch nicht sicher, wie gut ich das finde, dass es mittlerweile der offizielle ist, aber das entscheide nicht ich, das entscheiden sie in Leoben. Der Ticketpreis an der Auswärtskasse, wie ich gefragt habe, haben sie mir gesagt 15 Euro und 12 Euro ermäßigt. Ermäßig der Auswärtskarten ist tatsächlich leider nicht überall selbstverständlich. Insofern, das ist gut, aber 15 ist mittlerweile durchaus am hohen Ende. Geben wir dafür einen Dreier. Die Kulinarik. Es gab einen Kiosk, für den musste man hinter der Tribüne hinten durchgehen. Also der Auswärtssektor war in Wahrheit nicht völlig abgesperrt. Man musste quasi durch den Normalbereich, um zu diesem Kiosk zu kommen. Klar, bei einem Duell wie Leoben Vienna wird das ziemlich egal sein, aber ob das gegen den GRK, gegen Kapfenberg, gegen Ried, ich weiß es nicht. Ohne irgendeiner Fans hier etwas unterstellen zu wollen, weiß ich nicht, ob das so möglich ist, aber ich kann nur bewerten, was ich vorgefunden habe. Und ja, dieser Kiosk, der war quasi im Normal-Fan-Bereich. Der hatte eine eher minimale Auswahl. Es gab Bier, Limonade, Mineral und Mischung in daraus. Heute Bier oder auch eine halbe Liter Limonade hat gleich viel gekostet, 4,40 Euro. Ausgeschenkt wurde, wir sind in der Obersteiermark, also natürlich Gösser. Das Mineral für halbe Liter 3 Euro. Wurstsemmel für 3 Euro. Rätsel für 1,50 Euro. Und das war es dann eigentlich auch schon wieder bei diesem Kiosk. Da war ich leider ein bisschen enttäuscht, muss ich zugeben. Aber wie gesagt, man konnte eigentlich auch in den Normal-Bereich gehen. Und wenn man da zum Team legendären DSV-Korne gegangen ist, Leberkass-Samuel, Schnitzel-Samuel, der legendäre DSV-Spitz. Ja, das hat es dort alles gegeben. Unter den Umständen, wenn das immer so wäre, würde ich mich vielleicht sogar wirklich zu einem 1er hinreißen lassen. Auch wenn es jetzt nicht wirklich eine sinnvolle vegetarische Option außer der Brezen gibt. Aber das kann man nicht für alle Spiele garantieren. Und wir geben für die Kulinarik ein 3er, weil das Angebot wirklich minimal. Der Sektor selbst, aufgeteilt in einen Sitzbereich und einen Stehbereich. Der Blick auf das Spielfeld vom Sitzer ist so gut wie perfekt. Man sieht alles vom Steher hinter Gitter ist es ein bisschen mühsamer. Aber ja, ob der jetzt so voll wird, dass man unbedingt auf dem Steher sein muss und nicht auf den Sitzer raufgehen kann, weiß ich nicht. Überdacht ist er leider nicht. Vom Regen ist man also nicht geschützt. Sehr schöner Sektor, passt soweit. Man sieht alles schön, was will man großartig mehr außer Überdachung. Sagen wir ein 2er dafür. Zum Stadion selbst. Wirkliche Nostalgiker werden den Abriss der alten Holztribüne bedauern. Aber das ist es mittlerweile auch schon 40 Jahre, wie müsste das sowas her sein? Nichtsdestotrotz ist das Donnerwitzer Stadion einfach einzigartig. Zwei Tribünen auf der Längsseite, davor und auf der westlichen Hintertourseite dann noch Stehplätze. Eingebettet ins weite Grün. Der Obersteuermarkt garniert mit Blick auf die Donnerwitzer Industrie. Wer ganz genau weiß, wo er hinschauen muss, erkennt auch die massive Donnerwitzer Pfarrkirche. Darf mir das davor definitiv ein kleiner Ausflugtipp, die mal gesehen zu haben. Ein unfassbarer nostalgiger Traum. Moderne Annehmlichkeiten sucht man abseits des Business Clubs, aber tatsächlich eher umsonst. Das muss einem klar sein, wenn man nach Donnerwitz kommt. Überdacht ist auch nur die südliche Haupttribüne. Also wer auf Regenschutz Wert liegt, sollte sich dort hinsetzen. Falls irgendwie möglich. Auswärtsfans haben die Wahl ja sowieso nicht. Nichtsdestotrotz, mein Herz schlägt für die einzigartigen, aus der Zeit gefallenen Stadien. Insofern kann es für das Stadion Donnerwitz eigentlich nur ein Einser sein. I'm sorry, ich komme nicht aus meiner Haut. Das ergibt insgesamt einen Durchschnitt von 2,25 für das Stadion Donnerwitz. Die jetzige, nummerige, offizielle Monteschlago Arena. Wir geben zurück ins Studio. Hintergittern Bestwerts. Gesamtnote 2,25, die Note hat bislang nur die Birkenwiese, die Südstadt, Vorwärtsstadion und der GRK bekommen. Ah, eh nur. Ja, eh, aber trotzdem. Also hat er scheinbar, war er, ich meine, er wirkte ziemlich begeistert, vor allem einfach dieses Gesamterlebnis Monteschlago Arena. Ja. Das war's? Ja. Ja, dann wer knackt als erstes die glatte 2.0-Note in den verbleibenden Stadien, die der Ritchie noch in Liga 2 checken muss. Kommt natürlich darauf an, wo wir ihn als erstes hinschicken, ja. Oder eben nicht, dass wir da ein großes Mitspracherecht hätten. Ja. Aber ich glaube, FAC, die Schnitzel-Samuel. Ich glaube, das Kulinarik treibt es da schon weit nach oben. Also, je nachdem, in welche Richtung, wurscht, du weißt schon, was ich meine. Ja. Das ist gut möglich. Er ist noch in Bregenz zu Gast, er wird auch noch in Riet zu Gast sein und eventuell, Sparzois Bregenz ist ja jetzt auch noch in Luzern. Gibt es da als für Riet, Gourmet, Fein, Leberkast, Semmel, Neuswitz-Sektor. Ja, es könnte sein, dass das auch noch gut ankommt beim Ritchie, aber ich glaube, er ist eher so der Typ, ich meine, er hat beim Solarstadion Gleisdorf, die hat er besser bewertet als die hohe Warte. Obwohl er von der hohen Warte dann so angetan war, rein vom Stadionerlebnis, aber da war irgendwas mit der Kantine, dass die zugesperrt war. Aber trotzdem, also ich glaube, ich weiß, dass der Ritchie ja schon eher so diese, nicht die 0815-Brille eines Fußballfans aufhat, also dieses prunkvolle Moderne, das muss es beim Ritchie nicht sein. FAC, Bregenz, bist du jetzt bei Riet bei prunkvollem Moderne? Ja, genau. Nein, aber ich meine, im Vergleich zum MVC-Platz und dem Bregenzer Stadion ist Riet schon eher modern. Prunkvoll und modern. Ja, prunkvoll und modern in Liga 2. Das ist ein geschlossenes Stadion. Es ist ein geschlossenes Stadion, es ist keine Laufbahn dazwischen, also könnte ich mir schon sagen. Ja, 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 okay. Wir werden sehen, aber von Leoben reisen wir gleich weiter in die noch schönere Gegend der Steiermark, nämlich in die Oststeiermark. Jetzt müssen wir noch ganz kurz zwischen Steiermark. Was ist die schönste Gegend der Steiermark? Die Oststeiermark. Die Oststeiermark. Ja, Bezirk Habberg-Fürstenfeld mittlerweile, würde ich sagen. So, ganz spontan, ich weiß, dass du nichts vorbereitet. Top 5 Wanderwege. Na sicher, keine Ahnung. Top 5 Autobahnabfahren. Habberg. Habberg, die Autobahnabfahren. Ja, ist auch schön, ja. Nein, ganz ehrlich, für mich endet die Steiermark auch westlich von Leoben. Keine Ahnung, was da im Westen ist. Das ist für mich schon gefühlt alles Kärnten und hat mit der Steiermark nichts mehr zu tun. Aber, wie gesagt, als Oststeierer hat man da sowieso einen eigenen Blick auf die Steiermark, finde ich. Aber... Das sind ja eher Burgenlandler dort, oder? Können wir abbrechen? Können wir jetzt in diesem Moment abbrechen? Entschuldigung, wir sind ja keine Burgenländer. Wir sind Steierer. Die Oststeiermark ist natürlich sehr nah am Burgenland, aber du würdest jetzt auch nicht sagen, dass die Niederösterreicher Wiener sind, oder dass die Wiener Niederösterreicher sind. Oder, Patrick? Absolut. Ja, schau. Also, von dem her... Ja, okay, Entschuldigung. Ich wollte einfach... Persönlicher Angriff. Gut, Oststeiermark. Es gibt einen neuen Trainer, beziehungsweise das Trainerkarussell, das dreht sich fleißig weiter in der Admiral-2. Liga, neben Carsten Janka, neben Steiner, neben Joachim Fallmann, der ja auch am Stetten verlassen hat, und auch im Grunde Alexander Gizhoff, der jetzt als Co-Trainer in Bulgarien ist. Joachim Fallmann. Joachim Fallmann. Also, halbettel nach Joachim Fallmann. Aber schon wieder Joachim... Ich hab schon mal Joachim Fallmann. Joachim Fallmann natürlich. Gibt's natürlich auch neue Gesichter. Bitte, du hast die Augen dran. Nein, nein, ich bin freudiger Erwartung. Rene Poms. Patrick Enengel. Der ist das schwierigste... Also, ohne Scheiß, Thomas Himmelfreund-Pointner finde ich einfacher auszusprechen als Patrick Enengel. Enengel? Enengel. Das ist ja voll der Zungenbrecher, obwohl er so kurz ist, aber Enengel. Da verschluckt man ja im Grunde den zweiten Teil des Namens. Okay. Zumindest ich. Zumindest ich. Das Niveau heute ist unfassbar. Kein Trainereffekt. Bisher Rene Poms zwei Niederlagen, Patrick Enengel. Ebenfalls mit einer Niederlage. Und jetzt in Lafnitz der neue Trainer, Robert Weinstabel. Wir haben ihn als Co-Kommentator im Grunde verloren. Lafnitz hat ihn als Trainer... Was schade ist, aber man kann ihm nur herzlich gratulieren zum Sprung in die Admiral Zweite Liga. Zurückkehr in die Admiral Zweite Liga. Hauptaufgabe. Auswärts einmal punkten. Spieler entwickeln. Wäre nicht schlecht, aber weißt du was? Wir hören ja generell selbst mal rein beim Robert, denn er hat uns ein paar Videostatements auch geschickt, denn Anfragen hat es ja in den letzten Jahren immer wieder mal gegeben beim Robert. Er war im Gespräch bei Amtstetten, er war in Steyr mal im Gespräch, auch bei Blau-Weiß-Linz und auch bei der Austria als Leiter der Akademie. Im Grunde ist er immer beim Wiener Sportklub geblieben. Also warum nun jetzt das Go in Richtung Lafnitz? Ja, im Prinzip habe ich ab den ersten Gesprächen gespürt, dass Lafnitz aber auch das Gesamtkonstrukt dahinter anders dickt als andere Vereine. Das hat es im Prinzip von Anfang an reizvoll gemacht. Es geht hier primär nicht um Ergebnisse, sondern um Spielerentwicklung. Das spürt man auch ab der ersten Minute. Und dementsprechend bin ich jetzt sehr froh, Teil von diesem Konstrukt zu sein und freue mich sehr auf diese Aufgabe, weil ich auch davon überzeugt bin, dass ich als Trainer für mich selbst den nächsten Entwicklungsschritt machen werde. Robert Weinstaub, letztes Liga-2-Spiel als Trainer, im März 2019 als Amstetten-Trainer. Und wo feuert er seine Rückkehr, Harald? In Amstetten natürlich. Auswärtsspiel in Amstetten. Diese Geschichten schreibt nur der Fußball, Harald. Richtig. Lafnitz noch ohne Punkt auswärts. Da müssen... Glaubst du, Robert Weinstaubel und Lafnitz, passt das? Ja, die Frage ist natürlich, was ist seine Aufgabe dort? Lafnitz hat sich ja im Sommer schon neu positioniert als Ausbildungsverein, dass sie geführt werden. Er wäre ein Zweierthema, hätte ich jetzt mal gesagt. Aber weißt du was? Wir fragen den Robert jetzt einmal zunächst selbst, was hat er bzw. Lafnitz in dieser Saison bzw. in der Zukunft vor? Ja, was haben wir vor? Wir haben einen relativ klaren Plan, wie wir Fußball spielen wollen, aber auch einen relativ klaren Plan, wie wir Spieler weiterentwickeln sollen. Und wie gesagt, das wird in erster Linie hier ein wichtiger, ein wesentlicher Faktor sein. Ich weiß, wir ticken hier ein Stück weit anders wie viele andere Vereine. Aber genau das ist das, was die Sache nicht nur für junge Spieler, die dann in Zukunft großteils aus der eigens ausgebildeten Akademie kommen, sondern natürlich auch für einen Trainer sehr, sehr interessant machen. Aber natürlich, wir sind im Profigeschäft und dementsprechend wissen wir auch, dass das alles einhergehend mit Ergebnissen sehr, sehr wesentlich ist. Und insofern wird es natürlich auch darum gehen, am Wochenende zu punkten. Aber ich sage noch einmal, vorrangig geht es um die Ausbildung und die Entwicklung von jungen Spielern. Also Spielerentwicklung soll im Vordergrund stehen. Klarer Auftrag gefühlt einer Zweiermannschaft in Liga 2. Ich frage mich eben, passt das zusammen mit so einem ehrgeizigen Trainer, wie es Robert Weinstapel ist? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der nicht Bock hat, eben auch genügend Punkte zu holen. Ja, das eine und das andere widerspricht sich ja nicht zwangsläufig, oder? Nein, nicht. Wenn ich an den FC Liefering vergangener Tage denke. Vergangener Tage, ja. Auch wenn man sich Lafnitz anschaut, die haben zwölf Punkte geholt bis jetzt. Die Qualität der Spieler, die ist ja auch wirklich gegeben. Ich bin geflasht von Andre Leipold. Also der, wenn er trifft, dann eigentlich immer nur Hüten-Gauri-Potenzial. Und da ist eben schon auch ganz viel Qualität dahinter. Die Frage ist eben, du musst eben diesen riesigen Kader, den der SV Lafnitz, so in den letzten zwei Wochen der Transferphase vor Liga-Start im Grunde dann sich noch zusammengekauft hat. Das musst du mal unter Dach und Fach bringen und eben auch an jeden Spieler dann im Grunde einigermaßen glücklich machen. Weil du solltest ja eben auch diese Spieler weiterentwickeln. Bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall für den Robert und dass er wieder in Liga 2 ist. Er war wirklich lange Zeit beim Wiener Sportklub, über vier Jahre. Er hat dort sensationelle Arbeit abgeliefert. Es war im Grunde nur eine Frage der Zeit, bis er mal beim Zweitligisten wieder andockt. Ich finde eh, dass es etwas zu lange gedauert hat. Ich glaube, dass er diesen Weg schon vorher hätte gehen können, eben mit den ganzen Angeboten. Aber über kurz oder lang sehe ich sowieso den Robert in der Bundesliga, von dem her bin ich gespannt, wie sein Weg jetzt in Liga weitergehen wird. Aber es ist eben zeitgleich auch das Ende einer Ära. Kein Lowlines-Experte, zumindest vorerst mal, Robert Weinstapel. Und er hat natürlich auch noch ein paar Worte an die Lowlines-Community. Ja, die Spiele am Sonntagvormittag zu kommentieren, das hat immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, hat auch meinen analytischen Gedanken bzw. Weitblick ein wenig geschärft. Weil du siehst natürlich dann plötzlich als Trainer Spiele von einem ganz anderen Blickwinkel. Insofern auch eine tolle Erfahrung für mich in Bezug auf Weiterentwicklung. Danke auch an viele User, die uns stets die Treue gehalten haben und zugesehen haben. Und jetzt freue ich mich aber auch schon wieder drauf, auf die nächste Sonntagsmartine in 14 Tagen gegen die Vienna am 10.30 Uhr, dann aber auch wieder selbst live am Platz zu stehen. In diesem Sinne, schöne Grüße ins Studio und ciao. Abschließende Frage zum Thema Robert Weinstapel. Wann sehen wir bzw. wo sehen wir Robert Weinstapel eher? In Hartberg oder in Pilsen? In Pilsen. Wirklich? Der Weg von Laftnitz nach Hartberg war in den vergangenen Jahren schon so aufgelegt und hat nie stattgefunden. Vielleicht ändert sich das eben auch in Zukunft, aber wir werden alles in Zukunft ändern. Die Besten landen in Pilsen. In dieser Talente-Fabrik-Plattform-Welt. Ja. Wieso? Sagst du, dass Viktoria Pilsen der größere Verein als das TSV Habe ist? Die Endstation in dieser Welt ist Pilsen. Die Endstation ist nicht Habe. Nein. Nein, aber auf jeden Fall wirklich cool. Neuer Trainer in Liga 2 mit Robert Weinstapel. Wie gesagt, wir sind natürlich hautnah dabei bei dieser Entwicklung auch in den nächsten Wochen. Jetzt gibt es eine kurze Pause und dann verlassen wir die Steiermark und Reisenberg. Ja, na wieso? Können wir mich doch ein bisschen... Ja, okay, aber ich weiß nicht. Ein bisschen... Ja, na, passt nicht. Die Wiener lieben die Steiermark ja so. Das ist im Endeffekt, die Wiener machen ja die ganze Zeit Urlaub in der Steiermark. Ja. Dort, wo du immer Urlaub gemacht hast oder noch immer Urlaub machst, das ist meine Heimat. Das ist die Steiermark. Ja. Okay, passt sehr gut. Kurze Pause und dann Spieler im Fokus. Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen. Jeder so quasi fickrig ist auf der... Liga 2. Was? Bitte? Was für ein Wort kann ich sagen? Fickrig, ja. Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist... Ich schon auch Liga 2. Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich? Derjenige, der aus Österreicher ist, kann stolz sein auf das, das Österreicher ist. Ach, das ist mir relativ wurscht. Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen. Ich schon auch Liga 2. Ach, das ist mir relativ wurscht. Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun. Und da sind wir auch schon wieder zurück. Episode 78 der Zwarer-Konferenz. Heute wird aufgesteirert. Und bevor wir die Steiermark verlassen, die Frage an dich, Harald. Nenne mir die drei legendärsten Vereine des Bundeslandes. Abgesehen der Bundesligisten und Zweitligisten. SC Weiz. Ja. Drei. Achso, drei Vereine. Drei. Ja, okay. Weiz. Nein, okay. SC Weiz, okay. Abgesehen der Bundesligisten. Sie dürfen aktuell nicht in der Bundesliga oder in der Zweiten Liga stehen. Achso, ja. Ja, okay. Also SC Weiz habe ich schon gesagt. Ja. Köflach. Und Wolfsburg. Sorry, SVU, Murau, ich war zu viel. Entschuldigung, was ist mit dem Pax Gratkorn? Das ist mein Pax Gratkorn oder FC Gratkorn. Das ist für mich ein... Na. Hatte ich nicht abgeholt. Das ist nur der Vorstadtverein. Das ist wie Pasch. Alles klar. Ein anderer. Aber was? Was? Bitte. Darf ich noch kurz im Steiermark Urlaub bleiben, wenn wir so da in der Steiermark sind? Ja, bitte. Jetzt habe ich endlich einmal einen waschrechten Steiermark vor mir, weil man sieht euch ja so selten in Wien. Ja. Wo kann man überall Kübiskernöl drauf tun? Ja, überall. Es gibt keine Speise, die man nicht mit Kübiskernöl verfeinern kann. Aber man kann, also zum Schnitzel lese ich gerne einen Salat und dann eben einen Salat mit Kernöl und dann kann man natürlich auch den Schnitzel, wenn der Salat im Endeffekt schon aufgegessen ist und dann noch so ein bisschen Essig und Kernöl, diese Mischung da in der Schüssel ist, dann kann man den Schnitzel auch eintunkeln. Nein, sag's bitte nicht. Schnitzel in die Essigöl-Tunke. Ja. Passt. Deswegen ist ein Wiener Schnitzel und kein Steierer Schnitzel, weil was ihr damit gemacht ist absurd. Ja, aber es gibt ja den steirischen Bockhändelsalat, der ist ja im Endeffekt, eigentlich ist er aufgeschnitzt. Schnitzel, ja? Ja, umklopft es. Ja, eh. Alles gut. Bleiben wir jetzt in Wien, wenn wir schon beim Wiener Schnitzel sind. Ja, sehr gut. Sedomir Bobic, unser Spieler im Fokus, der hat nämlich am vergangenen Wochenende im Spiel gegen den SK in St. Pölten mit einem Last-Minute-Hammer in Döbling für Furore gesorgt und da haben wir den Sedomir auch gleich mal gefragt, wie hat er dieses Tor so erlebt? Ja, also vom Gefühl her war es einfach überragend, vor allem, weil es in der Nachspielzeit war gegen einen Tabellenführer, wünscht sich jeder. Es war tatsächlich ein gezielter Schuss, war abgesprochen, dass wir den kurz abspielen und dass er dann so reingeht, war halt dann traumhaft. Hammer-Titel. Hammer-Titel. Ja, Harald, ganz gut getroffen. Den hat er wirklich mega gut getroffen und generell die Wiener jetzt mit drei Siegen in Folge sind sie jetzt angekommen in dieser Saison. Es sind so nur 15 Fragen, aber die gehören eben auch in einem Podcast dazu. Ich denke, mit zuletzt drei Siegen in Folgen haben sie den Turnaround geschafft, sie haben sich in der Defensive stabilisiert, nur ein Gegentor aus den letzten drei Spielen und jetzt dieser Sieg gegen den SK in St. Pölten war schon auch einmal ein Ausrufezeichen für Wiener. Kein Tor von Christoph Monschein. Wann wird er wieder knipsen, um Torschützenkönig der Liga 2 zu werden? Ich glaube, Christoph Monschein ist genauso Teamplayer wie alle anderen. Es ist ihm wichtiger, dass die Mannschaft gewinnt, als dass er trifft. Gut, dann stellen wir die Frage einfach den Sedum mir. Wie stark ist die Wiener? Hat man jetzt schon so das Maximum erreicht oder wie viel Luft hat man noch nach oben? Also im Sommer war ein großer Undruck, also generell im ganzen Verein. War natürlich, wie man auch gesehen hat, am Anfang sehr schwierig für uns. Wir haben jetzt gut reingefunden. Die Mannschaft, glaube ich, hat sich durch die ganzen Niederlagen zusammengefunden. Und ich würde sagen, wir haben noch viel vor uns. Und das war jetzt nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Also, bei der Wiener läuft es wieder gut, aber lassen wir uns auch noch ein bisschen über die Karriere, über den Lebenslauf von Sedomir Bumbic sprechen. Von 2014 bis 2017 im Nachwuchs der Austria. Danach Wechsel nach Schwächert und ab 2018 dann bei Wiener Neustadt. Da hat er auch sein Liga 2-Debüt gefeiert. Unter Gerhard Fellner. Und dann hat er eben auch ein paar Spiele in Liga 2 gesammelt. War dann jetzt noch nicht ganz so gesetzt. Ist nach dem Abstieg auch mitgegangen. Und dann war eben schon eine eher schwierige Zeit. Andererseits hat es natürlich Corona hat im Grunde den ganzen Amateurfußball lahmgelegt. Und dann Mitte 2020 der Wechsel in die Wiener Stadtliga zur Vienna. Im Grunde auf den ersten Blick natürlich schon ein Rückschritt von Liga 2. Mal. Du bist gerade Anfang 20. Du wechselst in die Wiener Stadtliga, in die vierthöchste Liga in Österreich. Aber im Grunde war dieser Schritt ein guter Move von Sedomir Bumbic, wie er uns auch nochmal erklärt. Ja, also damals mit 18, wie ich das Debüt gemacht habe, denkt man, wie jeder Jäger, jeder im Spiel, dass man ganz oben ist oder dass der Weg eigentlich nur noch rauf wird. Wie man sieht, geht das auch ganz schnell runter. Natürlich, es waren sehr schwere Zeiten. Also damals. Und ich habe sehr viele Rückschläge auch früher schon erleiden müssen. Aber ich glaube, das ist vielleicht ein Schützer von mir, damit der Erfolg dann süßer wird sozusagen. Und ja, also der Schritt dann in die Startliga war natürlich für mich für den Kopf sehr schwer. Aber damals war es irgendwie vom Gefühl her für mich, glaube ich, der richtige Schritt. Vor allem, weil ich wusste auch, was die Wiener für ein Verein ist und was die in näher Zukunft für Ziele haben. Und ganz kurze Zwischenfrage noch. Wo sieht er sich selbst in fünf Jahren? Man weiß nicht, wo der Weg ihn führt. Aber ich würde jetzt einmal sagen, mit Wiener in der Bundesliga. Die Wiener in der Bundesliga, fünf Jahre. Ist das realistisch deiner Meinung nach? Nicht ganz unrealistisch. Welche Vereine siehst du aktuell in Liga 2 mit Potenzial für die Bundesliga? Für zwölfer oder 16er Bundesliga? Für zwölfer. Bleiben wir bei der zwölfer Variante. Also, dass sie oben spielen könnten. GK, St. Pölten, Admirer, Vienna, Ried. Perspektivisch. Leoben. Leoben. FAC spielte mehr in Zappelstadien? FAC schwierig. Perspektivisch leoben. Das sind eigentlich eh viele. Vielleicht ist das das Problem der Liga. Dass zu viele mit der Bundesliga waren und zu wenige Liga 2 genießen. Das ist ja eh auch eine geile Liga von dem her. Ja gut, bin gespannt. Bin auch gespannt auf den weiteren Karriereverlauf von Sedomi Bumbic. Wir machen jetzt wieder eine kurze Pause und sind dann zurück mit dem Quotenfokus zum Spiel SV Horn gegen Sturm 2. Endlich wieder Steiermark. Werbung. Gemeinsam mit unserem Sportweltpartner Admiral blicken wir auf das Admiral-Topspiel der kommenden Runde, das da lautet SV Horn gegen Sturm Graz 2. Rolf Landerl wird co-kommentieren und was wird er da für eine Partie sehen? Ganz kurz, du kannst noch 10 Sekunden überlegen deine Antwort. Ich gebe noch die Quoten weiter. Sieg SV Horn 1,95. Remi 3,6. Und Sieg Sturm 3,15. Jetzt bitte. Einen Sieg des SV Horn. Ich weiß nicht, was bei Sturm 2 los ist, aber... Da läuft es gar nicht. Irgendwas funktioniert da so überhaupt nicht. Und das Gesetz der jüngeren Serie sieht für den SV Horn nach einer Niederlage jetzt eh wieder ein Sieg vor. Außerdem waren alle Partien daheim gewonnen. Ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spreche. Außer das Liga 2 halt. Das Liga 2 ist aber... Ich meine, der SV Horn ist ja generell eine positive Erraschung dieser Saison. Neun Punkte geholt, damit gleich viele Punkte geholt wie die SV Ried oder die SV Alleyoben, die man doch eher vielleicht noch über Horn angesiedelt hätte. Aber das Team von Philipp Riederer macht Bock. Ja. Also wirklich überraschend. Die haben ja im Grunde abgeschrieben als mit Abstand letzten, rein vom ersten Blick auf den Kader. Aber der holt wieder das Maximum raus. Ja, kann man echt nur den Huck ziehen und denke, dass sie weiter fleißig punkten werden. Auf der Gegenseite, du hast es ja auch schon angesprochen, Sturmkranz 2 mit nur vier Punkten nach sieben Runden. Die warten noch immer auf den ersten Sieg in dieser Saison. Generell letzter Auswärtssieg Anfang Mai gegen Rapid 2. Ist das das verflixte zweite Jahr in Liga 2? Scheint so. Also ja, ich tue mir echt schwer zu sagen, was da bei Sturm konkret falsch läuft, aber irgendwas läuft so überhaupt nicht richtig. Und doch, ja, nicht übermäßig viel Liga-Erfahrung. Es sind immer wieder ein paar junge Kräfte, aber ich meine, da sind teilweise junge Kräfte dabei, die perspektivisch schon so geholt worden, dass sie den Profis weiterhelfen. Das ist ja als zweitbestes Team zumindest des Landes etablieren wollen. Also da sollte man dann schon auch so weit sein, dass man in der Admiral 2. Liga hin und wieder mal eine Partie gewinnt. Ansonsten wird es sehr eng in dieser Saison für die Blackies. Wir sagen ganz klar, die Partie gewinnt der SV Horn. Noch ein Tipp bezüglich Tore? 3 zu 1. 3 zu 1. Ich sage 3 zu 0 für den SV Horn. Werbung Ende. Entschuldigung. Und weiter geht's in der Zwarer-Konferenz und jetzt gibt es wieder ein Trikot zu gewinnen. Also eine neue Aufgabenstellung gibt es gleich, aber davor müssen wir noch den Sieger küren, der dieses wunderschöne Admira-Trikot gewinnt. Was war die Aufgabenstellung, Harald? Welchen ehemaligen Spieler würdet ihr reaktivieren? Und wer hat gewonnen? Das waren echt sehr, sehr viele gute Antworten. Gewonnen hat Elmar XO777. Mit seiner Antwort, Markus Magic Aigner setzt seine Tour durchs Machfeld fort und bringt nach Untersebenbrunn und Strasshof jetzt Glanz und Glorie nach Stripfing. Und das ist eine ausgezeichnete Idee. Es wissen nicht viele, dass Magic Aigner in Strasshof gespielt hat. Aber der Elmar schon. Und deshalb verdient er sich auch dieses Trikot. Also, danke für die ganzen Leute, die teilgenommen haben. Es ist ja immer wieder schön, diese vielen Kommentare durchzulesen. Es sind sehr kreative Ansätze mit dabei. Einen müssen wir eben rauspicken. In diesem Fall war es der Elmar. Aber es gibt ja auch in dieser Episode wieder ein Trikot zu gewinnen. Und passend zum Thema Aufsteirern. Ein Trikot von Sturm Graz. Zwei. Das ist etwas, was man nicht kaufen kann. Kann man das nicht kaufen? Nein, ich glaube nicht. Warum sollte man? Wieso? Warum willst du kein Trikot von Sturm Graz 2 kaufen? Also, wenn du jetzt ein Sturm-Fan wärst oder wenn du ein Verein bist, ein Fan eines Vereins, warum willst du nicht das Zweierteam supporten? Was eigentlich vielleicht sogar noch wichtiger wäre. Würde ich eh. Aber ich glaube, es gibt zu wenige. Deswegen gibt es einfach nichts zum Kaufen. Wurscht. Was muss man tun, um dieses Trikot gewinnen zu können? Was muss man tun, um dieses Sturm Graz 2 Trikot zu gewinnen? Es ist ganz einfach. Nennt uns den besten steirischen Fußballer aller Zeiten in die Kommentare auf YouTube. Folgt uns auf YouTube. Also lässt auch ein Abo da. Beziehungsweise könnt ihr das auch gerne auf Twitter machen. Wir bleiben bei Twitter. Ex. Twitter mit dem Hashtag Zwarer-Konferenz seid ihr dabei und dann schauen wir mal, wer dieses Trikot gewinnt. Wer war deiner Meinung nach der beste steirische Fußballer aller Zeiten? Markus Schopp. Ja. Ich weiß, du kannst jetzt nichts mehr entgegennehmen. Ja, Markus Schopp, ja, kommt für mich ein bisschen überraschend. Er hat viel erreicht. Du sagst jetzt Rudi Hieden. Nein, Schoko Schachner. Haben wir eh vorher schon darüber gesprochen. Wenn Schoko Schachner hat, Entschuldigung, welcher steirische Fußballer hat mehr erreicht als Schoko Schachner? Rudi Hieden. Nein, wieso Rudi Hieden? Er wundert ihm Tor, Mann, als Steirer. Ja eh, aber Fußballer ist ja kein Tor, das ist ja kein Fußballer. Nein, alles gut. Ich bleib dabei trotzdem Schoko Schachner. Ja, nein, ist ja okay. Und du sagst Markus Schopp, ja? Eh, alles gut. Alles gut. So, also, macht mit. Und zum Abschluss gibt es jetzt noch unsere liebe Rubrik. Fakts war der Konferenz. Die User-Fragen haben nämlich uns wieder ein paar Fragen hinterlassen. Zum Beispiel eine von Martin. Wer gewinnt das Niederösterreich-Abi? Hat mir dagegen den SKL-Framm-Freitag um 21 Uhr. Also ich gehe davon aus, dass er das... Sonst ist ja auch keines. Gut antizipiert von der SKL. Ich sage auch, der SKL. Sie sind auch gefordert, jetzt nach der Niederlage gleich wieder zu punkten. Können wir jetzt schon ankündigen? Oder? Muss ich mir sagen, kündigen? Ach so, nächste Woche. Dass wir, falls irgendwer... Echt? Falls irgendwer will. Also wir werden beim... Damit wir wissen, wenn die Response groß ist, dass du Autogrammkarten mitnimmst. Also stimmt, ja. Die habe ich sowieso immer mit. Ich habe es aber noch nie gebraucht. Nein, wir werden in der nächsten Woche, also beim absoluten Top-Spiel GRK, also SKL in St. Pölten gegen GRK, auch in der NV-Arena unterwegs sein. Wir werden da auch eine Zwarer-Konferenz-Road-Tour-Episode aufnehmen. Also das hätte ich jetzt noch nicht ankündigen. Also vielleicht auch nicht, vielleicht auch nicht. Also wie es uns gerade passt. Aber wir werden dort vor Ort sein und vielleicht auch ein paar Rubriken, die wir eigentlich in der Zwarer-Konferenz haben, wie zum Beispiel Retro-Kicker-Challenge. Dass wir das eben dann vor dem Stadion spielen mit ein paar Fans und vielleicht verlassen wir ein Trikot direkt vor Ort. Nein, das ist ein Blödsinn. Also machen wir dann erst in der nächsten. Nein, alles gut. Alles gut, aber wir haben einiges vor. Schauen wir, was wir dann wirklich umsetzen. Höchstwahrscheinlich mit nächsten Wochen irgendeiner krank und dann ist keiner in St. Pölten. Also von dem her, aber geplant wäre es jetzt einmal eine große Zwarer-Konferenz on-Tour aufzunehmen. Also wer mitfahren will, wir fahren mit dem Rad. Genau und der Ritchie, vielleicht können wir den Ritchie auch mitnehmen. Schauen wir mal, vielleicht ist der Ritchie auch dabei. Ritchie. Ritchie, wie schaut es aus? Bekommen ja dann immer nach einer jeden Zwarer-Konferenz auch Feedback zur Zwarer-Konferenz vom Ritchie. Schauen wir mal, was er da antwortet. So, machen wir weiter mit den Fragen. GRK-Fan via ASB hat gefragt, wird das Spiel SKN gegen GRK bereits eine Vorentscheidung bringen? Nein. Kassen zum Thema? Na, glaube ich auch nicht. Das ist noch viel zu früh. Entschuldigung, der Meier ist da 8,9 Runden. Also da hat es vor allem, wenn du jetzt da zurückdenkst, GRK-Fan, wie viele Punkte der FAC damals aufgeholt hat auf Austria-Lusternau, wie viele Punkte Blau-Weiß-Linz damals aufgeholt hat 2021, als sie dann Meister geworden sind. Oder eben auch Austria-Klagenfurt in der Aufstiegssaison der Rieder 2019-2020, als dann nach dem Widerstart, nach der Corona-Pause. Ja, entschuldigung, also da gibt es schon noch viele Runden, die gespielt werden müssen. Also da ist noch keine Vorentscheidung. Entschuldigung. GRK-Fan, auch weitere Frage, wie schwerwiegend sind die Ausfälle bei St. Pölten wirklich? Also Marcel Ritzmeier, der fällt wirklich für die komplette Saison aus. Kreuzmann-Triessen natürlich mega bitter. Aber auch, ja, nach dem Wege natürlich gute Besserung. Auch André Neumeyer mindestens für drei, also mindestens drei Wochen ist er out. Zusätzlich hast du dem noch jemanden Stefan Nutz, der sich jetzt zurückkämpft. Wie schwer, wie weh tun diese Ausfälle jetzt wirklich? Tut natürlich weh und ich glaube, die Navarro hat schon angekündigt, dass er gegebenenfalls noch einmal reagieren wird. Hat das bei den Kollegen der Niederösterreichischen Nachrichten gedroppt, dass eben auch vielleicht vertragslose Spieler noch einmal ins Auge gefasst werden? Wer wäre da momentan eine Option? Also ein Tänis Jan Koskun ist eine Personale, die ich mir vorstellen könnte, diese Position auch zu übernehmen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der selbst noch verletzt ist. Aber ansonsten ist der Markt der vertragslosen Spieler natürlich auch überschaubar groß. Ja, aber ich glaube, es ist ja nicht nur der österreichische Markt für den SKN interessant. Stimmt auch, vielleicht gibt es ja auch wieder ein paar Connections Richtung Deutschland, die da einen anderen Spieler nach St. Pölten dann schleusen. Und, ich finde generell, man ist im Mittelfeld ja sowieso so breit aufgestellt. Ein Tim Balov, der in der Vorsaison einer der wichtigsten Spieler war vom SKN, ist in dieser Saison noch gar nicht wirklich so zur Geltung gekommen. Auch ein Scharner, wo es ja immer die Gespräche gegeben hat, wechselt er noch. Im Grunde haben ja beide Parteien signalisiert, es wird sich getrennt. Trennung hat es nicht gegeben. Vielleicht hat er jetzt dann doch mal wieder Bock, auch mehr zu spielen. Also von dem her, sie haben auch im Grunde im Kader andere Optionen, die da eingesetzt werden könnten. Und da hat es ja auch in der Vorsaison sehr gut funktioniert, darf man nicht vergessen. So, drei Fragen haben wir noch. Johnny Jimbo, wie seht ihr die Entwicklung vom Zuschauerschnitt in Liga 2? Ich habe es nicht im Kopf, positiv. Also vor allem die letzten zwei Runden, die waren wirklich gut mit Leoben und GK, eben Topwert. Aber auch davor, dass Steirer Derby in der Obersteiermark zwischen Kapfenberg und Leoben, auch da sind richtig viele Zuschauer gekommen. Ich finde auch, dass es in dieser Saison positiv noch mal zu erwähnen ist, dass es meiner Meinung nach in eine richtige Richtung geht. Obwohl es eben immer wieder auch Spiele gibt, die sehr mäßig besucht sind. Weitere Frage von Johnny Jimbo. Welchen Spieler der zweiten Liga würdet ihr gerne im Nationalteam sehen? Lukas Brückler. Lukas Brückler, ja. Performt gut bei Schwarz-Weiß Bregenz. Generell Schwarz-Weiß Bregenz, Wahnsinn, oder? Wer hätte das gedacht? Nämlich ja die Frage von Martin Wie. Bleibt Harald bei seiner Prognose nach Runde 1? Bregenz spielt gegen den Abstieg und der SKU landet unter den Top 5. Oder müssen wir das drehen? Nein, nein, ich bleibe dabei. Aber auch neben den SVR? Man muss einfach zu solchen Dingen stehen. Und nicht nach sieben Runden da alles über den Haufen werfen. Das ist noch nicht aller Tage Abend. Stimmt. Super. Super. Und du? Was? Was meinst du? Welchen Spieler du gerne im Nationalteam bist? Achso, Entschuldigung. Was sagst du jetzt? Ich glaube, es geht um das Österreichische, die Frage. Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, das Österreichische. Sonst hätte das immer, weil von Wutstra über Leipold in Deutschland kann derzeit jeder helfen. Ja, das stimmt, ja. Das wäre... Bleiben wir bei den Stürmern. Ich sage jetzt einmal mal Daniel Materna. Rein vom Typ her, Stürmer, ist es einer, den wir in den letzten Jahren nicht so gehabt haben im österreichischen Nationalteam. Und so mit dieser ganzen Wucht. Der hat im Grunde ja auch schon international auch für Aufsehen gesorgt. In Belgien war zwar nur die zweite Liga, aber der Top-Wert eigentlich abgeliefert. Von dem her, Daniel Materna, wenn die Entwicklung passt, Weg ins Nationalteam aus Liga 2, ist auf den ersten Blick sehr groß. Aber Matthias Seidel hat es bewiesen, es geht auch ganz schnell. Auch Mohamed Cham. Also das darf man auch nicht wissen. Das war wirklich überraschend, dass Matthias Seidel so gut funktioniert. Ja, das war eh klar. Das ist vorhersehbar. Und Abschlussfrage. Alina, wird der FAC dieses Jahr Meister? Ich weiß nicht, wie die zweite Mannschaft dasteht. In der zweiten Liga, nein. Ja, aber ich sage dir, ohne Scheiß, der FAC ist gut unterwegs. Siehst du da was kommen? Naja, ich kann mir schon vorstellen, dass sie wieder im Windschatten der großen zwei, SKN und GRK, dass sie da schon auch noch vielleicht ein Wörtchen mitreden. Ich finde, die spielen das wirklich solide runter. Sie besinnen sich auf ihre Stärken, Stabilität in der Defensive. Und da haben sie jetzt eben in der Offensive mit Yannick Woutstra, 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 ich habe es schon wieder vergessen, wie er mich ausspricht, einen da vorne, der eben auch die Diedl macht. Sicherlich auch einer, den wir in den nächsten Episoden featuren müssen. Als Spieler im Fokus gefällt mir bislang sehr, sehr gut der Stürmer aus Deutschland. Mit niederländischen Wurzeln, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Die FAC-Amateure sind nach fünf Spieltagen Neunter in der zweiten Wiener Landesliga. Also wird eher nichts mit dem Titel dafür, aber Tabellenführer die Vienna-Amateure. Vor Osborne 11 und vor den Sportklub-Amateuren. Sechster Elektro-Amateure. Zweite Wiener Liga ist natürlich... So viele Amateur-Teams in einer Liga, das kann ja nichts heißen. Haben wir nicht mehr, haben wir nicht mehr. Eigentlich hätte ich sogar noch die kuriosesten steirischen Vereinsnamen vorbereitet gehabt, aber... Na, oh ja, schnell doch, als Rausschmeißer. Wieso, du würdest was Eigenes machen. Aber ich gebe meine drei Favoriten zu. Jetzt kannst du den fünften auch machen. Na, okay. Na komm. Ja, aber dann können wir ein TikTok draus machen. Ja, siehst du das. Können wir ein TikTok draus machen. Das sind die fünf kuriosesten Vereinsnamen der Steiermark. Ich beginne mit TUS Good Vibes Reihen 2 aus der ersten Klasse Mitte A. Dann haben wir, du hast es heute schon erwähnt, Edelschrott. USV, Raiffeisen, Bäckerei, Kaffee, Jechert, Edelschrott aus der ersten Klasse West. Raiffeisen bringt ja ein bisschen was Weltmännisches rein da. Ja, stimmt. Klassiker, SC, Copacabana, Karlsdorf. Tradition. Tradition, absolut. Ich meine, ich meine, da 15 Vereine raus. Das finde ich gut. TUS Coconut Spielberg. Wenn TUS Coconut Spielberg auf TUS Good Vibes Reihen trifft, dann hat er schon ziemlich geile Vibes. Ich bin der Corrado. Eigentlich das noch am besten für dich. Zwei noch. SV, Eye Shaker, Justiz Graz. Erste Klasse Mitte A. Na, oder? Doch. Eye Shaker. Eye Shaker. Eye Shaker. Eye Shaker. Das klingt irgendwie nach einer Foltermethode in der Justiz Graz. Der Eye Shaker. Keine Ahnung, was die da vorhauen. Aber sie spielen auf jeden Fall in der ersten Klasse Mitte A. Auch gut finde ich USV, Heavy Stamping, Albersdorf, Brebuch. Heavy Stamping. Heavy Stamping ist, äh, gibt's ein Rot. Für Heavy Stamping sieht man Rot. Egal in welcher Liga. In welcher Liga? Ähm, haben wir nicht rausgeschrieben. Sollen jeden haben wir die Liga rausgeschrieben. Nur von USV, Heavy Stamping, äh, Albersdorf, Brebuch nicht. So, das war noch. SV, Central Dancing, Hinterberg, was natürlich auch cool ist. Ja, wir kommen selten über den Flügel. Und, ähm, ja, Klassiker FC Erdbewegung, Büchsenmeister, St. Nikolai im Sausal. Die brauchen kein Pointe. Die brauchen kein Pointe, die brauchen kein Hashtag. So, das war's von der 2. Konferenz Episode 78. Aufsteuern, wir sind möglicherweise in zwei Wochen zurück mit dem ganz großen Feature vom Topspiel SK in St. Pölten gegen den GRK. Wenn nicht, dann haben wir es halt doch nicht gemacht. Aber, ähm, zu Ende hin nochmal danke fürs Zusehen. Abonniert uns auf YouTube, abonniert uns auf allen Podcast-Plattformen dieser Welt und hinterlässt uns doch bitte 5 Sterne. Wenn möglich 10 Sterne, dann bitte 10 Sterne. In diesem Sinne, Harald, danke, dass du auch halb angeschlagen heute zur Verfügung gestanden bist. Immer gerne, ich hast mich eh nicht hergezerrt. Du kannst dich jetzt ja wieder hinlegen. In diesem Sinne, trag das in die Welt hinaus. Viva La Liga 2. Ciao. Ciao. Was? Bitte? Jungs und Mädels, ich schau auch, Liga 2. Was? Bitte? Ich schau auch, Liga 2. Was? Bitte? Ich schau auch, Liga 2. Du auch? Nein, ich habe gewusst, die Frau kommt von dir. Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Lowlines.